Ich will spielen. Los. Auf der Stelle. Sofort. Mann, mach hinne. Ich will Unreal Tournament spielen. Los. Starte das verdammte Spiel. Starte das Spiel, du Hurensohn. Ich will spielen. Ich sag's nicht noch einmal. Los. Aus dem Weg. Ach. Was ist das denn? Oh mein Gott. Was ist geschehen? Ich will Unreal spielen. Schnell start. Jetzt geht's los. 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 Spielen. Du Wichser, spiele ihn. Unreal Tournament spielen. Es lädt, es lädt. Ich will nicht, dass es lädt. Wenn es lädt, dann muss man immer so lange warten. Ich will nicht warten. Ich will jetzt auf der Stelle spielen. Ich will nicht. Positiv denken. Einfach positiv denken. Gleich geht's los. Positiv. Ja. Es geht los. Es geht los. Ah, du Hurensohn. Nimm das. Friss das. Ich hab ihn umgebracht. Wuhu. Los. Los. Friss das. Friss deine geschmolzene Scheiße. Du Hurensohn. Ich werd dich umbringen. Nee, ich hab verloren. Ah, ha, 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 ich hab verloren. Ja, ja, ich drück doch Feuer. Der, der, der Escape-Knopf fehlt. Der Skype-Knopf. Wo ist der? Wo ist der Escape-Knopf? Ich will, wo ist der? Wo ist der? Ich find ihn nicht. So. Ich brauch's kein Hilfe und Support. Ich brauch keine Hilfe. Ich brauch's keine Hilfe. So. Der H-Knopf als Enter-Knopf. So und so. So, jetzt mach ich euch gleich fertig, du Hurensohn. Gegner, er geht nicht. Irgendwie. Ich werd euch fertig machen. Ich werd euch einfach fertig machen. Friss das, du Hurensohn. Ich werd dich fertig machen. J-A-A-A. Wo-ho-ho-ho. Ich hab ihn umgebracht. Ja. Ich werd euch alle töten. Ihr A-A-N-P-V-B-F-K-H-B-D-K. Friss das, du Hurensohn. Ich werd dich fertig machen. Ich werd dich fertig machen. Ich werd dich einfach. Ich werd dich einfach abknallen. Mit der Es-Sol-Drei-Fel-Trippel werd ich euch einfach abknallen. Welcher Hurensohn schießt auf mich? Irgendein Hurensohn schießt auf mich. Neeein. Er gibt dich verdammt nochmal. Neeein. Neeein. Jetzt muss ich da warten. Ich bin. Iah. Ich bin. Ich bin. Vielen Dank.